In diesem Jahr haben wir unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wir blicken zurück auf zwei erfolgreiche Jubiläumsjahre gemeinsam mit Ihnen. Über den Zeitraum von 25 Monaten hinweg haben wir ein wahres Feuerwerk an monatlich wechselnden und überaus erfolgreichen Jubiläumsaktionen und Sonderangeboten für unsere Gesellschafter und Werkstätten zusammengestellt. Gemeinsam haben wir die Erfolgsstory Karat und AD Cargo Zentrallager erarbeitet. Doch wir dürfen und werden uns nicht auf den Erfolgen der letzten 25 Jahre ausruhen. Vermutlich so stark wie nie ist der Independent Aftermarket im Wandel und äußere Einflüsse wirken auf unser Geschäft ein. Diesen Herausforderungen stellen wir uns mit innovativen und zielgerichteten Lösungen. Wann immer möglich suchen wir hier den Schulterschluss mit unseren Industriepartnern, aber auch den anderen Handelskooperationen. Die Karat nimmt hierbei schon immer eine Vorreiterrolle ein und treibt wichtige Zukunftsthemen innerhalb ihrer Gruppe, aber auch für die gesamte Branche voran. Nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass der IAM in eine erfolgreiche Zukunft geht. Wettbewerbsfähige Einkaufskonditionen und eine zuverlässige Teileversorgung für den mittelständischen Teilehandel sind unsere Mission und unser Auftrag. Um die untertägige Versorgung regional zu verbessern, werden wir mit dem AD Cargo Regionallager Süd Anfang nächsten Jahres einen zweiten Logistikstandort in Nürnberg eröffnen. Das neue Regionallager ist die perfekte Ergänzung zu unserem Zentrallager und leistet einen wichtigen Beitrag zum Ausbau unseres bundesweiten Logistiknetzwerks und zur Zukunftssicherung des mittelständischen Teilehandels. Unsere Strategie für die Zukunft ist somit klar. Wir werden unsere bestehenden Gesellschafter stärken und neue Kunden hinzugewinnen. Wachsen Sie gemeinsam mit uns! Wömern Sie Island! چ- WH- W-3 W-3 W-4 W-4 W-3 W-4 W-4 Wsc-4